So, und da sind wir auch schon wieder von... Ich wollte auch gar nicht zurückgehen, aber ach egal, was soll's. Äh, Pokémon, Rescue, Rangers, Destiny, Ruby, äh, whatever. Pokémon. So. So, wir sollten uns wirklich ausruhen. Wir sollten zurück zur Gilde und uns ein bisschen ausruhen. Ja, das... Ach, nicht schon wieder. Ah, wo wird denn diesmal? Oh, richtiger Weg. Ähm... Da lang. Da lang. Da lang. Da lang. Äh, hab ich nicht irgendwie blitzt oder so? Äh, nein, bin ich nicht von da gekommen? Nein, bin ich nicht. Ähm... Wo bin ich? Warte, das fragst du dich, nachdem du die ganze Zeit hier rumgegangen bist? Ich meinte, das frag ich. Ich kann meinen Körper nicht fühlen. Das war so... Was war das? Das ist der Schatten. Sie werden... Nein, das sind die Schatten. Sie werden stärker. Wieso penne ich eigentlich immer genau da? Ach, was soll's. Äh, mal heilen. Wird zwischendurch. Mua. Und die kommt da weg. Nur für den Fall, dass da jetzt so ein Doppelkampf kommt oder so. Weil Level 41 ist. Level 41. Okay. Und jetzt hier. So, weiter geht es. Mal gucken, was uns jetzt für eine Mission erwartet. Äh, bevor irgendwas anderes ist, das akzeptiert ist. Oh, Alter. Ihr alle habt es verdient. Ähm, okay. Danke. Guten Morgen an alle. Äh, bla bla, bla bla. Wir sind nun bereit. Bereit für was? Äh. Ein neuer Berg. Okay. Ich habe neue Nachrichten über die Guardians. Äh. Die unter dem Schatten kontrolliert. Achso, die sind jetzt alle da unter kontrolliert. Das ist ein finster Ort. Höchster Ort mit, äh, mystischen Sachen und so. Oh Gott. Wir müssen die Schatten stoppen. Oh. Das ist Shadow Valley. Äh. Das sieht immer noch so aus, wie als ich zuerst hier kam. Ja, und dieser Spiegel, worüber er sprach. Äh. Ich denke, sie werden alles reflektieren. Bla bla. Es ist ein Spiegel. Der Spiegel reflektiert mich. Die Reflektion. Alter. Okay. Heißt das, immer wenn ich in einen fucking Spiegel gucke, muss ich gegen mich selber kämpfen? Oh. Aber ich find's cool, dass bei uns diese legendäre Pokémon-Musik kommt. Ey, mein Dragoneer, komm, ohne Scheiß. Das ist der geilste Shit ever. Ich muss es schnell auf Level 56 kriegen. Ich hoffe, dass es das ist. Oh, das heißt, immer wenn ich diese Bewegung und diese Schritte mache, kommt immer wieder... Achso. Ich verstehe. Ach, scheiße, falsche Attacke. Aber okay. Ich habe es nun mit den Spiegeln soweit verstanden, denke ich. Also immer, wenn ich reingucke, egal wie, kommt ein neues Pokémon. Also halt, die Reflexion von mir. Äh, noch mehr Spiegel. Ach, und wilde Pokémon. Normal gibt's hier auch noch. Ey, sogar das Ding gab mir mehr Erfahrung als ich an mich. Also ich an sich. Als ob ich da jetzt hingehen würde. Okay, ich denke, das will keiner sehen. So. Nach unten oder nach... Ach, gehen wir erst mal nach unten. Und die wilden Pokémon. Hm. Okay. Reflexion. Ja, tot. Weiter. Ja, Reflexion. Ja, tot. Ja, weiter. Reflexion. Ja, tot. Gott. Oh, nein. Okay, die Idee ist... Äh, richtig cool. Das muss man dazu sagen. Falscher Attacke. Die Idee ist richtig cool. Also, dazu kann man wirklich nichts Falsches sagen. Nur, ähm... Ach, komm, alles für ein Item. Wenn das Item mich jetzt nicht aus den Socken haut, dann... Was haben wir hier? Hm. Obwohl, Citrusbären heilen doch noch nicht. Oh, das sind die Heil... Heilerbären. Ah. Langsam nervt es dann, darum gegen mich selber zu kämpfen. Oh, das ist was Neues. Was ist denn hier? Ach so. So. Meinem Viech gehen lang und die Attacken raus... Ähm. Guck mal aufs mich hier. Das wird dir perfekt gepasst. So, guck mal, was jetzt hier ist. Hahaha. Spiegelzrick. Haha. Spiegel. Was steht hier vor? Ihr... Ihr versteht's nicht. Okay, okay. Äh. Slash. Slash. Oh, die Attacken werden also nicht kopiert. Das ist doch schon mal, äh... Äh, wo lang? Äh, das ist jetzt immer so eine Frage, wo ich lang gehe. Und ein bisschen nerven, tut's doch. Dann auch noch die normalen Pokémon dazu. Oh, holy shit. Das dürfte ein schwerer Dungeon werden. Ähm. Konfusion. Äh, nein, halt. Ganz oben. Paralyse. Da haben wir es dann. Paralyse geheilt. Okay. Ich hoffe, das ist der richtige Weg. Und wenn da jetzt wirklich gleich nur ein Item ist, dann bin ich angepisst. Oh, Indivir, du warst schon immer das Schwächste von allen. Äh. Und ja, falls ich daraus jetzt schließe, dass ich Indivir nicht sonderlich mag. Naja, ich mag Indivir nicht sonderlich. Kommt einfach davon, dass, äh... von der Edition es so ziemlich das langweiligste überhaupt war. Start-up Pokémon, meinte ich. Ähm. Ich meine, hallo, da waren Kani, Marni und, ähm... Feuerriegel. Und die wurden zu richtigen... Bäm! Kampfkolossen. Da war ein goldenes Item, das habe ich ganz genau gesehen. Oh, nein. Jetzt sag ich nicht, ich gehe nur wegen diesem einen goldenen Item hier. Schon mal sorry, dass ich hier so durchrusche, aber, ähm... Ohne wird's, das würde Jahre dauern, wenn ich das ohne das... Äh, ohne... Rushen würden machen. Würden machen. Seht ihr, also dieser Dungeon, der vernebelt mich schon total. Ach, auch noch Synthese benutzen. Ja, auch noch zweimal Synthese benutzen. Ich wollte schon sagen, wenn ich jetzt nochmal Synthese benutze. Okay, weiter geht's. Aber ich frage mich, wieso, äh, mein Drago-Nir und mein Schwall-Boss nicht kopiert werden. Hm. Könnte das irgendwas zu bedeuten haben? Die Frage ist jetzt, wo war das goldenen Item nochmal? Ja, ich vertraue einfach mal auf mein Instinkt. Oh Gott, diese fucking Paralyse geht mir langsam weg auf die Eier. Hm. Hm. Ja, komm endlich ein Level ab. Den muss ich nicht mehr trainieren. Äh, ich meine, dran nehmen. Whatever. Oh Gott. Okay. Fuck. Fick dich, Urteilsvermögen und alles andere. Fick dich einfach. Mein Instinkt hat mich enttäuscht. Irgendwie seltsam, gegen dich selber zu kämpfen. Naja, was haben wir hier? Du hast einen zerbrochenen Spiegel gefunden. Was ist das? Äh. Hm. Wo ist er jetzt? Hey, wo ist denn der? Ach, der wird unter meinen Items also nicht angezeigt. Okay, shit happens. Die Frage ist nur, wo will ich jetzt hin? Uh, möchte Donner lernen. Okay, gut, 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 gut. Fuck auf Donnerwelle weg mit dem Scherz. Auch wenn Donnerwelle eine eigentlich ziemlich gute Attacke ist, äh, weil sie zu 100% paralysiert. Oh Gott, wohin? Ich sehe da unten eine Treppe. Ich habe da unten eine Treppe gesehen. Das könnte die... Ach, scheiße. Okay, Citrusbeere. Wieso benutzen wir dich nicht einfach gleich mal? Äh, wo werde ich denn? Oh, 63. Holy moly. Hm. Ach komm, das dauert nicht so leise. So, wieder zurück. Ach komm, wieso gebe ich dem nicht gleich einen... Ah. Wieso gebe ich dem nicht gleich eine Beere, die das feiert und lindert und... Whatever. Darum soll man jetzt hier übrigens nicht schließen, dass ich in irgendeiner Weise ungeduldig bin oder so. Aber das hier, ähm... Naja. Hm. Was, 700 fucking Erfahrungen? Wow. Oh, da geht's. Fuck, bin ich aufgepasst. Oh, was soll das jetzt? Oh, komm. Oh, Alter. Warte, treffe ich ihn nicht oder hat das keine Wirkung? Hab nicht getroffen. Oh, das darf doch nicht. Komm, fick dich. Ohne Scheiß, wieso treffe ich ihn nicht? Das ist voll uncool. Ohne Scheiß. Ähm. Hallo, Onix. Ähm. Ich kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich diesen Dungeon besonders mag. Liegt wahrscheinlich daran, dass es mir ein bisschen einseitig ist. Ach, scheiß, Nuni-Tank. Aber wer hätte es gedacht, die untere Seite ist immer falsch. Oh. Ich bin auch paralysiert. Geiler Scheiß. Geiler Scheiß. Der geilste... Spüre die Macht, fick dich. Spüre die... Alter. Spüre die... Oh. Spüre die... Spüre die Macht, fick dich. Oh. Schrei. What the hell? Spüre die Macht des Donners! Spüre die Macht des Donners! Ja, 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 ja. Es ist schon... Es ist nicht einfach, ich zu sein, wenn man gegen mein ganzes Team antritt. Und das ist andauernd. Aber hey, da unten geht's weiter. Oh Gott. Ich hasse diese Spiegel. Der letzte Spiegel. Da fehlt ein Stück im Spiegel. Willst du das kaputte Stück einfügen? Eben, save state und... Ach, wisst ihr was, Leute? Wir werden erst im nächsten Part herausfinden, was passiert, wenn ich das Stück vom Spiegel einfüge, weil ich werde es definitiv tun. Also findet es mit mir zusammen aus im nächsten Part von Poké... Ach, komm, guckt es im Titel nach. Tschö!